ja hi und herzlich willkommen zu diesem kurzen video ich möchte euch heute einmal kurz ein arbeitslicht vorstellen mit powerbank funktion hat natürlich demnach auch ein akku ist gekauft bei aldi nord für 19 euro 99 die lampe hat 20 watt schauen wir mal rein was ein paket ist also ich habe das natürlich schon mal ausgepackt gehabt war total begeistert davon deswegen habe ich mir noch einen zweiten gekauft das ist einfach wirklich also ich finde den wirklich super so das ist das gerät von vorne gerät von hinten ja das ist der ein und aus knopf beziehungsweise auch der damit verstellt die stufen hier mit dem haken könnte das nicht natürlich noch aufhängen wenn ihr die einschaltet habt ihr hier natürlich dann noch mal eine kapazitätsanzeige wie voll der akku ist ja geladen wird er hier eben über usb und als powerbank nutzte den eben damit hier haben wir zu den werten ip 65 also ordentlich spritzwasser geschützt 20 watt led arbeitsstrahler dabei ist noch mal hier dieses ladekabel usb ladekabel damit ihr das aufladen könnt beziehungsweise dann auch euer handy über die lampe laden könnt möchte ich euch noch einmal ein paar weitere daten nennen und zwar ist dann 20 watt epistar cobschip verbaut cobschips sind super für innen wie außen wie gesagt geeignet auf der stufe eins hat die ganze lampe 2000 lumen schaltet ihr dann auf die stufe 2 hat 1000 lumen auf die stufe 3 hat 500 lumen ja die die haltbarkeit des lichtes ist dann auf 2000 lumen also wenn ihr die volle leuchtkraft habt ihr zwei stunden bei 1000 lumen sind es dann circa vier stunden bei 500 lumen sind es dann circa acht stunden die er das verwenden könnt ja im griff ist noch ein sehr starker magnet integriert den damit ihr die lampe dann eben irgendwo auch aufhängen könnt wie ihr hier seht nicht nur am haken sondern dann eben auch an metall auflage aufhängen könnt zwischendurch mal prüfen wollt könnt ihr auch hier über die akkustanz anzeige euch den einfach anzeigen lassen also ich finde wirklich für 20 euro ist das ein super gerät ja ich finde es ist auch absolut geeignet als notwendig quasi also falls zu hause mal der strom ausfällt klar natürlich kann man auch kerzen verwenden aber ein so ein ding einschalten und der ganze raum ist erleuchtet ja da ich euch das jetzt natürlich hier schlecht zeigen kann wie hell die so wirklich werden werde ich mal schauen dass ich abends noch ein video mache eben vom balkon dann werde ich mal meinen kompletten hof ausleuchten hier schaue ich mal dass ich mal eben mit euch in die gartenhütte gehe euch das da einmal ein bisschen vielleicht näher bringen kann so schauen wir mal ob wir das hier auch seht wie hell der wird also die komplette hütte erleuchtet so wenn ich jetzt einmal zu zeigen wie hell ist schön spät abends auf dem balkon höchste stufe achtung also abschließend noch mal wirklich absolut geiles led licht mega hell drei jahre hersteller garantie drauf für 20 euro kann ich nur wirklich empfehlen aldi nord wie gesagt so 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 so